Hallo mein Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zum Tag, eigentlich nach der vierten Blutmannacht. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit der Mod War of the Walkers. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was machen wir euch denn, mein Lieben? Heute beginnen wir mal, unseren Zustand hier ein bisschen zu analysieren oder ein bisschen zu inspizieren. Was müssen wir denn Neues wieder aufbauen? Was müssen wir da dazu, ja, was brauchen wir denn da dazu alles? Und schaut mal, also die Zombies haben schon jede Menge hier gemacht. Also die haben wirklich jede Menge hier weggehauen. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Hier unten steht dann noch eine Mine, das ist gut. Also eine hätten wir noch. Und schaut mal, also hier ist auf jeden Fall richtig, also hier ist alles demoniert. Hier hinten sind sie ein bisschen rumgesprungen. Schaut mal bitte, hier unten haben sie sich hochgebuddelt. Hier oben sind sie dann hier drüber gekommen. Okay. Na und her haben sie dann, okay, hier haben sie sich dann hier reingegraben. Was mir natürlich jetzt auffällt, ist, wie sind die jetzt an diese Tür gekommen? Wisst ihr, was ich meine? Entweder sind die hier rum, nee, das glaube ich nicht. Oder die sind da hinten hochgesprungen. Also, das erschließt sich hier mir noch nicht so richtig. Wir müssen jetzt mal hier durch. Nützt nichts. Ja, ich weiß, sorry. Wie sind die hier reingekommen? Auf jeden Fall haben sie es geschafft, die Tür hier kaputt zu machen. Das müssen wir auf jeden Fall setzen. Dann machen wir wieder eine neue hin. Das ist alles kein Problem. Hier außen sieht noch alles sehr gut aus. Hier unten, schaut mal, was die hier vor ein Loch reingebuddelt haben. Unglaublich. Barminen liegen auch noch da. Und dann haben sie sich von hier, dort hinten ein Loch, hier hochgebuddelt. Also das ist absolut fantastisch. Und dann oben war ja eigentlich gar kein Zombie. Das heißt, die sind nicht hochgekommen. Das ist vielleicht für uns mal gar nicht so schlecht für das nächste Mal. So, dass wir halt sagen, dass wir entweder uns hier hinten dann irgendwie postieren und dann oben rum rüber rennen. Oder ich weiß es einfach noch nicht. Also, ja, ihr seht, wir haben hier jede, jede Menge zu tun. So, Munition, das ist eigentlich alles da, außer unser Scharfschützengewehr. Das hat keine. Das ist aber auch nicht schlimm. Alles andere hat Munition. Vorschlag haben wir es auch da, der brennende. Also von dem her alles gut. Ja, und dann müssen wir halt jede, jede Menge reparieren. Ich überlege gerade, ob ich das zwischen den Folgen mal mache oder euch da ein kleines bisschen mitnehme dazu. Das hier hat auf jeden Fall auch was gebracht, dass wir hier nicht gleich reingekommen sind. Und hier müssen wir auf jeden Fall mit diesen Blöcken müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Lieben, heute ist aber erst mal Tag 29. Ihr seht, es ist früh um 8 Uhr. Wir werden jetzt erst mal zum Händler schauen. Wir werden erst mal zum Händler schauen. Dann werden wir uns mal gucken, was der so auf Lager hat. Beziehungsweise, ob wir da eine Quest bekommen. Hallo. Ihr habt gerade keine Aufträge. Okay, alles klar. Wir haben auch keine. Ne. Sag bloß, wir sind hier durch. Sag bloß, mit dem Händler. Sag bloß, mit dem Händler oder mit der Händler, damals sind wir hier durch. Also, Quests hätten wir ja auf jeden Fall. Ähm, jetzt hat man hier, ne, die Quests auf der Karte zeigen geht auch nochmal. Das Entfernen geht auch nochmal. Von dem her, so wie das aussieht, sind wir hier, entweder sind wir heute mit den Quests fertig. Schauen wir es nochmal. Das sind nur noch die normalen. Und dann hätten wir hier noch die geteilten Quests. Eine, Belohnungen, Tiere töten. Kriegen wir auch nochmal hin. Ja, ausgewählte Orte. Ja, das ist, weil wir dann die Türe überall töten dürfen. Ja, das ist normal. Okay, dann machen wir heute was ganz anderes. Da hat die Händlerin heute mal keine Quest für uns. Ist aber auch nicht schlimm. Im Gegenteil. Ähm, ich würde jetzt folgendes machen. Schaut bitte mal auf die Karte. Und zwar würde ich mir hier sehr, sehr gerne mal den hinteren Teil dieser Stadt angucken. Weil da hinten waren wir noch gar nicht groß. Wir haben schon mal ein, zwei Häuser haben wir inspiziert. Aber eigentlich noch nicht viele. Und schaut mal, hier gibt es noch so, so viel zu entdecken. Ich würde dann schon mal schauen. Dass wir hier auf jeden Fall dort hinten mal, dass wir dort hinten mal reingucken. So. Ich würde sagen, nehmen wir mal das Fahrrad. Und dann setzen wir uns selber mal so einen kleinen Wegpunkt. Machen wir mal hier hinten als Location. Machen wir es mit die Location hier. Und dann schauen wir mal. So, 200 Meter entfernt. Ja. Eine kleine Strecke mit dem Fahrrad easy abzuhandeln. Ist ja kein Problem. Das geht ziemlich zügig. Und diese Musik immer, ne. Diese Musik immer. Die ist so... Auf der einen Seite ist schon ein bisschen angsteinflößend. Auf der anderen Seite vermittelt es aber auch so ein Grad von Spannung. Und so ein... Da hat man so einen Bock auf dieses Spiel. So. Big Buns. Da sind wir. Wir nehmen auf jeden Fall das Bike mit. Okay. Und dann untersuchen wir mal die Hütte. Schaut mal diese Farben. Oh. Liebe Leute. Wir nehmen es ja auf jeden Fall aus diesen Farben raus. Das ist ja... Das kann man ja nicht angucken. Moin. Hallo. Na hier kommen sie auch gleich. Na gucken wir mal hin. Wenn wir natürlich ein bisschen bessere Schützen mehr haben, wäre das kein Problem. Kommt hier irgendwas nach außen gelaufen oder wie sieht es aus? Die hauen sich außen durch. Schaut mal hier gibt es Munition. Ah. Ich glaube es nicht. Probierter Holzfäller. So wie es aussieht sind wir ja schon im Endraum gelandet. Eigentlich wollte ich... Ich wollte das eigentlich... Boah. Sichtbereich achtfach. Das ist ja mega für unsere Sniper. Hier hauen wir uns mal auf. Sehr schöne Arbeiterkiste. Was gibt es denn drin? Lampen. Geschmiedetes Eisenrahmenwürfel. Sehr geil. Kollege. Möchtest du oder... Achtung. Es könnte sein, dass wir hier... Sorry. So, jetzt schauen wir uns hier mal ganz in Ruhe und ganz entspannt um. Was gibt es denn, was Schönes zu trinken hätten wir? Hier gibt es leider gar nichts mehr. Hier im Müll gibt es auch nichts mehr. Mal sehen, was es da in der Hintertür gibt. Schaut mal. Hier hat der Chef gearbeitet. Ah, hier geht es auf jeden Fall raus. Das war schon mal nicht schlecht, dass man das mal sieht. Versiegelte Versandkisten. Gucken wir mal oben rum. Oben liegt meistens immer irgendwas rum. Nee. Nee, diesmal nicht. Nehmen wir mal die Feuerwehrax wieder in der Hand. Und dann hacken wir uns hier mal rum. Ach, Moment. Nee, die Kisten konnte Brüchte man nicht aufhacken, sondern nur die Versandkisten. Das war das. Okay, sorry. Genau, die kann man dann einfach so aufmachen. Genau, okay. So, wüben wir mal eine Runde Müll. Da gibt es Eisen drin. Das ist perfekt. Hier geht gar nicht wieder ein schöner, angenehmer Wind. Gucken wir mal hier rein. Moin. Jemand da? Ja, in der Kiste ist das da. Schaut mal. Was werden die hier wohl gemacht haben, hä? Naja. Ich will jetzt nicht wissen, was die hier gemacht haben. Ich möchte es nicht wissen. So, das ist der VIP-Bereich. Ihr wisst Bescheid. Mhm. Sieht wahrscheinlich dementsprechend auch so aus. Findet man hier irgendwas? Ach, ich glaub's noch nicht. Diese Verstecke. Ganz ehrlich, dieses... Ah, diese Verstecke von diesen Entwicklern. Ich find das... Ah. Wenn man hier genau guckt, meine Lieben. Wenn man hier wirklich genau schaut, dann findet man hier immer mehr, wie es eigentlich so der Fall ist. Ja, und das hier war... Das war schon mal der Endraum. Ja gut, dann ist es halt so, ne? Dann hätten wir das hier zumindest mal abgearbeitet. Oh, das ist ja noch ein Raum wahrscheinlich für Special Guests oder sowas. Hundertprozentig. Das geht zumindest hier mal nicht. Oh. Na, die hat bestimmt... Die hat bestimmt... Sehr gerne hier gearbeitet. Okay, verwende Gateautomat. Okay, der ist geschlossen. Können wir leider nur mit dem Dietrich rein? Ist irgendwo klar. Na, was wird's denn hier noch geben? Na, was Schönes. Einen alten Müll. Die verstecken hier ein Klebeband, ein Angelblei und ein Knochen. Ja, dann, ne? Gut. Dann hätten wir das hier auf jeden Fall mal erkundet. Das ganze Ding. Und damit geht hier eigentlich unsere wilde Fahrt los. Ein WC gibt's hier auch noch. Schaut mal. Na gut, ein bisschen Papier. Ein paar Steine. Ist genehmigt. Ist genehmigt. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall wieder raus. Wir laden nach. Sehr schön. Gut. Hier können wir auch mal wieder nachladen. Schaut euch bitte diese grellen Farben an von dem Ding. Also ich würde es komplett... Wenn ich es will, ich würde es komplett abreißen. Oh, das kann man ja gar nicht mit angucken. Halt das. Hier gibt es nämlich immer bei den Fahrzeugen gibt es immer Eisen. Nummer eins. Ach nein. Ich glaube, wir haben kein Reparaturset mit, oder? Nein, das haben wir leider nicht. Es war irgendwo, war sehr klar, dass wieder irgendwas fehlt. Aber gut, dann ist es halt so. Waren wir schon mal in der Kiste? Haben wir die schon mal ausgeräumt? Okay, da waren wir schon mal drin. Wie es aussieht, waren wir hier auch schon mal drin. Yep. Okay. Na, haben wir mal nicht alles ausgeräumt, ne? Das bisschen Papier und so weiter, das haben wir natürlich hier gelassen. Oder wir waren hier gar nicht erst im WC drin. Weil es uns so angewidert hat, wie es hier aussieht. Kann natürlich alles sein, ne? Ne, hier waren wir. Also, das wüsste ich. Hier waren wir komplett drin. Hier haben wir gar nicht alles schön ausgeräumt. Hört das? Die Klimaanlage, die rattert noch. Mhm. Ja, irgendwie kommt mir das... Schaut mal, das ist ein Generator. Ach, den können wir nicht mitnehmen, ne? So viel Eisen, wie der dann bereit hält. Oh, okay. Das ist schon ein bisschen eklig. Ich glaube, hier waren wir schon. Das ist ein Endraum. Ähm. Wie geht's denn hier rein? Aha. Hier waren wir noch nicht drin. Nein, hier waren wir... Aha. Schaut euch mal das an. Hier waren wir. Schießen wir mal. Hallo? Hallo? Ah. Mann, hört es. Okay, hier kommen wir schon mal raus. Das ist schon mal gut. Ah, hier oben liegt der Steve. Na, hi. Tausend Mechaniker, die hier rumlaufen. Unglaublich. Na, laden. Wo gräbt sich denn hier noch einer durch? Hört ihr das? Ja, ich höre dich doch. Wo bist du denn? Ich, beim besten Willen, ich weiß nicht, wo sie ist. Entweder wollen die von draußen rein oder von drinnen irgendwie raus. Die wollen, die wollen definitiv, wollen die hier uns irgendwie an den Kragen. Das sage ich euch leicht, aber... Oh, mit einem Safe. Und wir haben unsere Pickaxe nicht repariert. Das ist natürlich richtig schade, aber gut. Reparieren wir die mal durch, dann markieren wir uns das hier mal. Ja, hallo. Grüß dich. Na ja, das war's eben. So, schauen wir, Kiste. Schön. Was zu essen. Leder. Was ist das Slayer-Mod? Chainsaw. Oh, equip this mod to a chainsaw. 100% mehr Schaden, aber 75% weniger Block-Schaden. Aber das ist ja extrem. Gibt sogar Munition hier drin. Vielen Dank. Boah, das hat sich echt gelohnt, hier reinzukommen und hier mal zu gucken. Und hier gibt es eine Schematik. Durch das Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Gut, dann gönnen wir uns den. Sehr geil. Herzlichen Dank nochmal. Die Autos immer zu durchsuchen, das dauert immer so ein kleines Stück. Aber hier gibt es wieder Gebietsschutzblöcke. Sehr geil. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Schaut mal. Ja, ja, alles gut. Schade. Ich habe gedacht, hier gibt es wirklich noch was zu holen, aber nee. Ja, man kann halt nicht überall was mitnehmen, ne? Das ist nochmal so. Aber wenn man Glück hat, manchmal, wie zum Beispiel hier, findet man heute mal schnell Papillen. Oh. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Die sind so, ach, die, sorry, aber die müssen wir auch da auseinander nehmen. Ja, das ist so. Die sponsern da dieses Fett und die sponsern da dieses verdorbene Fleisch und so weiter. Das brauchen wir alles. Das brauchen wir leider alles. Komplett. So, hier liegen ein paar Reifen worden. Was kriegt man denn bei Reifen raus? Okay, das kann man alles abhacken und mitnehmen. War irgendwo klar. So, jetzt müssen wir uns hier mal Wegpunkt speichern. Eigentlich wollte ich es ein bisschen anders nennen, aber ich wollte es eigentlich mit dem Ausrufezeichen beenden. Aber gut, dann ist es halt so. Es ging ein bisschen zu schnell. So, Schrank auch mal. Sehr schön. Danke. Asa. Also, das hier sollte eigentlich mal so der Eingangsbereich sein. Wie ich das hier mal so feststelle. Also, eigentlich sind wir halt wie immer zur verkehrten Seite rein. Ist aber irgendwo auch klar. Das ist halt 7Ds. Da kommt man nicht zum Haupteingang rein, sondern da kommt man von hinten rein. Na, hier gibt es gar nicht. Das ist gar nicht nichts. Das könnten wir, ich wollte gerade sagen, das könnten wir zerschießen. Das Bücherregal gibt es leider auch nichts mehr. Sehr schade. Ach, hier kommt man sogar nicht. Na, das ist eine Frechheit. Hier kommt man sogar nicht raus. So, ich würde sagen, hier könnten wir nochmal nachladen. Ach ja. Na, dann gehen wir halt nochmal raus. Durch die Werkstatttüren. Okay. So, jetzt hätten wir schon mal zwei Gebäude durchsucht, meine Lieben. Hier war halt dann der ausgeräumte... Hier. Den wollte ich eigentlich löschen. Nicht den schnellen Wegpunkt, den brauchen wir ja an. Aber das hier, das hätte ich gar nicht gelöscht. Ach, das geht nicht. Irgendwie, irgendwie geht es nicht. Irgendwie ist hier... Hier, Wegpunktentfernung. Okay, dann machen wir es so. Dann legen wir hier einen neuen ran. So, dann machen wir wieder so ein kleines Häuserzeichen dran. Und dann... Nicht wieder falsch schreiben, Sando. Alles gut, nur die Ruhe. Schön entspannt. So, hier hinten waren wir schon mal überall. Da drüben waren wir auch noch. Wisst ihr es noch? Da hat, glaube ich... Da hat, glaube ich, der Luftabwurf oben drüber... Da hat er, glaube ich, was abgeworfen. Hier brennt was Schönes. Hier gibt es auf jeden Fall... Hier schaut mal sehr, sehr viel Holz. Was? Moment. Naja, aber es heißt sehr viel. Habe ich mir, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr versprochen. Aber gut, so ist es halt. So, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Wir haben ja heute noch jede Menge Zeit. Und zwar, das Gebäude haben wir durchsucht. Hier drüben den Safe, das hat man auch durchsucht. Gehen wir hier hinten mal so ein Stück. Wir sollten uns ja mal was zu essen gönnen. Ja, alles gut. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und wir trinken auch gleich einen Tee. Geil, in der Apokalypse. Meine Lieben, in der Apokalypse trinken wir Tee. So muss das sein. So, stelle ich mir das vor. So, haben wir das Auto schon ausgegangen? Ja, hatten wir sogar schon. Okay. Müllkontäne ist auch leer. Solche Teile müsste man mitnehmen. Wisst ihr das? Solche Teile als Deko, die müssten wir echt mitnehmen. Das wäre der absolute Hammer. Ja, hier waren wir schon überall. Hier gibt es nichts mehr. Auf dem Grill liegt auch nichts mehr. Gut. Dann sage ich mal, gehen wir auf jeden Fall noch bis in die nördliche Richtung. Hier gibt... Was liegt denn da unter dem Haus drunter? Schaut mal. Das sieht komisch aus. Aber gut. Gucken wir gleich mal rein. Oh, das wird ja... Ich habe es gewusst. Da kriegt man immer so ein bisschen gleiche Schreck. Aber es ist leider so. So, Dürer zu. Wo es zieht. Lassen wir gleich mal die Pampi an. Das kann ja sein, hier kommt noch einer gekrabbelt. Hier gibt es auch noch einen Schrank. Stopp. Waschbecken. Und jetzt können wir von hier das Waschbecken untersuchen. Also wir standen im Prinzip auf der anderen Seite. Ja, ich sage mal, ein schöner, kleiner, annehmlicher Wohnwagen. Wenn man den ein bisschen sauber machen könnte. Schaut mal. Doppelsitz. Hier hinten ein Bett. Also hier hätten wir noch Platz. Hier hätten wir garantiert noch ein Bett reingekriegt. Hundertprozentig. Und hat alles schön zu. Ja. Lässt sich zumindest mal ein paar Tage in der Apokalypse aushalten. Machen wir gleich wieder... Ach nee, wir lassen die Tür auf. Damit wir gleich wissen, dass wir hier waren. Ist doch, das ist zwar alles am Tag. Aber das ist trotzdem hier... Weil hier rumzulaufen ist trotzdem nicht so ohne. In der Toilette war eine Pistole. Habt ihr das mitgekriegt? Es war gerade in dieser Toilette eine Pistole. Gut. Das ist so. Atmen wir uns hier mal durch. Es gibt ja immer nur schönes Holz. Holz können wir immer gebrauchen. So. Und dann wären wir hier schon mal bei dem Gebäude, wo ich eigentlich noch hin wollte. Heute in der Folge. Dankeschön. Okay. Hier ist verschlossen. Aber hier kommen wir rein. Hier oben kommen wir auch drüber. Das heißt, wir müssen in ein Gebäude rein und können dann oben... in das andere Gebäude... Oh, hier ist er rot. Okay. Dann laufen wir mal außen rum. Checken wir mal die Lage. Oh, hier kommen wir rein. Ein White Sportscar oder White Supercar. White Sportscar. Okay. Also, naja, schön begrüßt wird mir hier nicht, ne? Aber, naja, gut. Wir gehen trotzdem mal rein. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Grüße an Themen. Es gibt wieder Grüße an Themen. Wissen wir alle. Na, was habt denn ihr hier gemacht in der Garage? Was habt denn ihr hier gemacht, ihr Ferkel? Okay, das war mal eine richtig große Garage. Schaut euch mal das an. Mit lauter so... Ah, mit lauter Ersatzstein. Eine richtig geile Schraubergarage war das mal. Farbe. Herzlichen Dank. Hier oben gibt es auch noch was. Geil. Dankeschön. Wieder Nägel. Nägel können wir auch immer gebrauchen. Ach, schaut mal. Wie es aussieht, könnten wir hier rausspringen, oder? Weil das Ding so, wie es aussieht, ist... Jawohl. Über die Garage kommen wir drüben rein. Eisen. Und ein Reftframe. Ist ja geil. Wie viele solche Eisen haben wir denn in der Folge schon gefunden? Das müssen ja schon richtig viele sein. Ähm, ich gucke gerade. 3300 Eisen. Ich saß lieber nicht. Aber wir haben 3300 Eisen gefunden. Das ist schon mal schön, finde ich. Genau, das habe ich mal gedacht. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall drüber. Und hier kommen wir garantiert irgendwo... Okay, das war... Das war wirklich echtes Glück. Weil von den Dingern wird man dann auch ganz, ganz schnell krank. Und hier kommt man wieder rein. Und überall liegen so kleine Schätze rum, ne? Oh, Mist. Na gut, jetzt haben wir noch... Nachher mal so gut wie es geht aufgebraucht, ne? Gut, ist auch nicht schlimm. Gut, ihr wisst Bescheid, ne? Auf ins Getümmel. Hallo. Okay, ist eine Werkstatt. Ich würde gerne noch mal meine Pambi nachladen. Dankeschön. Boah, elf Schuss. Das ist... Das ist so beruhigend. Das ist irgendwie so beruhigend. So, Freunde. Also, ich komme halt jetzt mal, ne? Hier hängt ein Schlüssel dran. Aha. Da kommen wir raus. Das ist gut. Da sage ich mal, können wir uns gleich mal noch eine Kleinigkeit zu essen. So, dann sollten wir das wieder ein bisschen wegbekommen. Und dann gehen wir mal schön langsam hier rein. Und schauen mal, was es da noch so Schönes gibt, was hier rumliegt, ne? Müll. In der Apokalypse muss man halt auch Müll durchsuchen. Ich sage es immer wieder. Eben Müll sind manchmal die besten Teile. Das klingt zwar richtig eklig. Ich weiß. Aber, ähm... Es hilft nichts. Mein Lieben, es hilft nichts. Wir müssen hier auch den Müll komplett durchwühlen. Natürlich auch Schränke. Natürlich auch die Kaffeemaschinen und so weiter. Sofort alles mitnehmen. Alles. Ihr wisst Bescheid. Hier liegt halt Rohre. Das ist halt so eine Kfz-Bagstatt gewesen. Nehme ich jetzt mal an. Und die haben halt sogar dann in der Küche gebaut. Na, wenn in der Küche mal was kaputt ist, kann man halt dort auch mal schnell mal ein Rohr einsetzen. Ist ja normal. Kein Problem. So, Dosen. Ja, ein bisschen Teeblätter und so weiter. Sofort. Das können wir alles gebrauchen. Das nehmen wir gerne alles mit. Wie gesagt, ich warte nur die ganze Zeit drauf, dass wir hier wirklich noch irgendwo mal einbrechen. Auch nicht schlecht. So als Begrüßungskomitee direkt hinter der Tür so ein kleiner Kriecher. Ist schon immer mal toll. Oh. Und hier kommt der Luftabwurf. Den wollen wir uns auch auf jeden Fall dann aber holen. Oh, denk dran. Die sind richtig gepanzert. Die wilden, die wilden Soldaten, die sind richtig dick gepanzert. Hier ist wieder ein Tresor. Keine Dings mit. Ist klar. Sollten wir uns dann auch mal ganz, ganz dringend aufschreien, meine Lieben. Und zwar hier. Machen wir auch wieder das Haus-Symbol ran. Dann suchen wir uns zwar wieder halb dumm und dämlich, aber ganz ehrlich, da lieber suche ich mich ja dumm und dämlich nach dem Safe. Als wie wenn ich ihn dann zum Schluss wirklich vergesse. Ich glaube, euch geht das genauso. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir halt von Anfang an gleich mal alles repariert hätten, bevor wir hier wieder losgestürmt wären. Aber so ist es meistens. So ist es meistens. So, wo ist er denn, der Luftabwurf? Schauen wir nochmal, wo er runtergekommen ist. Hallo? Wo ist er denn? Hä? Seht ihr den? Oder übersehe ich hier wieder irgendwas? Oder ist der schon zu weit weg? Also, meine Lieben, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber... Ich seh ihn ja nicht. Ich seh ihn ja nicht. Schade. Oh, Pichereka ist sehr schön. Das nehmen wir mit. Oh, was haben sie denn hier gebaut? Oh, hier haben sie auf jeden Fall was... Ich hab's gewusst. Na, kommt raus. Nehmen wir den Pambi her. Das waren hier die lustigen Mischer. Ich nehm mal an, das waren hier wirklich die lustigen Mischer. Die haben sich hier bestimmt einen schönen Spaß draus gemacht. Hier ein paar bisschen was zusammenzubasteln. Und bestimmt auch die Nachbarschaft zu versorgen. Hundertprozentig. Aha. Und wie in jedem Haus gibt's auch hier so einen kleinen Endraum, wo es, wenn's noch ein bisschen Loot gibt... Was haltet ihr denn hier davon? Ein Munitionshaufen. Gerne. Holztruhe. Ja. Ein Penner-Eintopf. Bisschen Eisenpfeil. Arbeiter, versiegelte Versandkiste. Vielleicht haben wir Glück und oben drüber gibt's nochmal. Was war das? Bauplan, elektrische Türen und Brücken. Ja, das ist ja mal sensationell. Jetzt mach ich auf jeden Fall erst einmal die Truhe kaputt. Weil ich hoffe mir, oder ich hoffe, dass vielleicht oben es noch was gibt. Aber das sehen wir gleich. Das geht ja recht schnell, ne? Mittlerweile teilt ja die Achse auch richtig gut aus. Ne, sehr schade. Okay, das war auf jeden Fall der Endraum. Ja. Ne? Kann sich sehen lassen. War auf jeden Fall eine schöne große Location. Kann man erstmal überhaupt nicht meckern. Hier hatten wir auch schon hochgeguckt, ne? Ja, hatten wir schon. Genau, hier war das Gepäck und hier war dann das Teil oben drüber. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen, oder? Na, gehen wir halt hier raus. Auch kein Problem. So, jetzt interessiert mich doch aber mal meine... Aha. Da ist der Luftabwurf. Jetzt gucken wir mal. Also. Südöstliche Richtung. Ja, aber wo? Also, meine Lieben, wir gucken ja direkt drauf, ne? Wir gucken ja wirklich direkt drauf. Jetzt schnappen wir uns mal das Fahrrad. Oder? Oder ist das so, dass wir... Oder ist das so, dass wir tatsächlich jetzt hinfahren müssen? Und gar keinen... Ich sag mal, gar keinen Wegpunkt mehr setzen dürfen. Das gibt's ja auch. Das sehen wir gleich. Weil manches Mal ist es so, dass es ein ganz kleines bisschen Buggy ist. Das ist halt nun mal leider so. Ähm... Und dann müssen wir halt mit dem Fahrrad dorthin fahren. Ne. Ist... Ist sichtbar. Okay. Also, vor uns habt ihr es gesehen. Also, vor uns, wo das Flugzeug vorbeigeflogen ist und das Ding abgeworfen hat, haben wir ihn ja nicht gesehen. Denn ich nehme an, dass wir den nur nicht gesehen haben, weil der ja erst mal auf dem Weg zum Boden war. Und nur wenn der halt gelandet ist, sehen wir den. Sag mal... Ach, die ist ja kaputt, ne? Aber ich will trotzdem gucken, ist das Eisen? Es ist alles. Es ist Tungsten. Oh, das kann man richtig gut verkaufen. Wo sind wir denn hier? Okay, hier bei den... Machen wir mal... Wie wär's denn mal mit so einem Berg? Entschuldigt bitte. Mine. Sehr schön. So, aufsatteln und weiter geht's, mein Lieben. Es ist gut, dass man das immer mal so zwischenspeichert. Das ist gar nicht so schlecht. Außerdem kommen wir hier. Weißt du, wo wir hier sind? In der zweiten kleinen Stadt. Oder vielleicht ist das auch noch so ein... Ich nehme immer an, dass das so Ortsteile sind. Nacheinander. Und das war uns... Oh, nein. Geh weg. Ich wollte gerade sagen, fall um, du Miststück. Wow, das gab fast 1200 EP. Aber die haben uns auf jeden Fall auch getroffen. Es war nicht viel. Aber hat uns auf jeden Fall getroffen. Und schaut mal. Also so wie das aussieht, ist das auch so ein kleiner Stadtteil hier. Und hier geht auf jeden Fall die nächste große Stadt los. Und hier auch. Also mich würde jetzt zum Beispiel mal interessieren, wir waren ja im Schneebiom. Den Händler finden haben wir ja auch gefunden. Wie groß wäre die Stadt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht erkunden wir das nochmal in einer der nächsten Folgen. Meine Lieben, wir fahren erstmal wieder nach Hause zurück. Und ich sage mal, in der nächsten, übernächsten Folge bleiben wir erstmal so weit hinten bei uns, wie es geht. Weil wir sind ja hier noch nicht fertig mit der Kunden. So, jetzt richten wir uns mal aus an unser Bett. Und dann fahren wir auf jeden Fall mal wieder zurück. So, inzwischen den Folgen werde ich auf jeden Fall alles nochmal... Den ganzen Loot nochmal reintun. Wer noch mal ein bisschen was sortieren. Wer auf jeden Fall nochmal ein bisschen Munition farmen. Beziehungsweise auch nochmal ein bisschen Munition herstellen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt euch aus. Okay, hier ist mal einer umgefallen. Der hat aber seinen Loot nicht mitgenommen. Den Medikit. Der hat echt den Medikit hier vergessen. Naja, dann ist es halt so, ne? So, hier geradeaus war auf jeden Fall unser Bett. Und das Fahrrad, das läuft, ne? Und das läuft, das läuft, das läuft. Das Ding bringt, also, das Ding bringt auch so schnell keiner um, ne? Ist schon geil. Und überall diese, und überall diese gelben Steine. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder unsere Pickaxe bauen. Das ist, das ist Fakt. Das machen wir auch beim nächsten Mal gleich mit. So, und jetzt versuchen wir erstmal nach Hause zu kommen. Ah, wir sind hier reingekommen. Okay, alles klar. Na, da müssen wir ja nur noch runter und links und rechts. Und dann sind wir schon unten wieder draußen. Und dann sind wir eigentlich schon fast bei uns an der Base dran. Wir sollten mehr trinken und mehr essen. Wisst ihr, warum? Das generiert viel schneller Ausdauer. Ach, das geht auf dem Fahrrad nicht. Ah, okay. So, hier hätten wir einen Händler. Hallo? Und hier, meine Lieben, wären wir wieder zu Hause. Schöne Lootrunde war das heute. Hat wirklich, hat wirklich richtig Spaß gemacht, wollte ich gerade sagen. Wir sind hier natürlich direkt in die Minen reingefahren, weil die lösen ja aus, wenn wir auch drüber fahren. Unglaublich, un-unglaublich. Deshalb müssen wir wirklich aufpassen, wo wir die Minen hinsetzen. Ihr habt es gesehen, wozu die Minen wirklich in der Lage sind. Und ja, das macht absolut keinen Spaß, oder? Dann, meine Lieben, bis hierher vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich richtig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder mit am Start seid. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Bye, bye.